Unsere Erde. Ein wunderbarer Planet. Hier leben wir Menschen und entwickeln immer wieder neue und intelligente Lösungen für die Probleme, die sich uns stellen. Eine dieser Lösungen ist Kunststoff und zwar eine der vielseitigsten. Kunststoff hilft uns Leben zu retten. Mit Kunststoff können wir intelligente und sichere Verpackungen herstellen. Und er macht viele unserer mobilen Freiheiten überhaupt erst möglich. Die größten Vorteile von Kunststoff sind aber zugleich seine Nachteile. Er ist leicht, stabil und lange haltbar. Und das macht ihn in unserer Umwelt zu einem Problem. Deshalb müssen wir handeln. Wir alle und überall. Vor allem müssen wir Kunststoff richtig entsorgen, damit er gar nicht erst in die Umwelt gelangt. Dafür müssen wir grundsätzlich umdenken. Denn nur von Beginn an intelligent designte und durchdachte Verpackungen können wiederverwertet oder vernünftig recycelt werden. Das ist wichtig, um den Wertstoffkreislauf konsequent zu schließen. Durch sogenannte Biokunststoffe gibt es zwar Alternativen. Sie sind bisher jedoch nur begrenzt einsetzbar. Deshalb forschen wir seit Jahren am Einsatz verschiedenster alternativer Rohstoffe und haben bereits mehrere Maschinen für deren Verwendung konstruiert. Darüber hinaus ist und bleibt Kunststoff zudem ein wichtiger Bestandteil vieler Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit. Zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel. Unsere Hightech-Maschinen produzieren so ressourcenschonend wie möglich. Um sie stets auf dem neuesten Stand der Technologie zu halten, sind unsere Mitarbeiter unermüdlich im Einsatz. Nur so können wir die Anforderungen an Material, Produkt und Maschine in Einklang bringen. Und das ist essentiell für wegweisende Innovationen. Warum wir all das tun? Because we care. Für uns und unsere Umwelt. Für alle Menschen auf diesem Planeten.